Oh shit, oh shit, frisst er es? Ah, kann ich nicht mehr. Na komm her. Wo bist du? Wo bist du? Hey, der läuft einfach weg. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Hilfe, Hilfe, lass mich hier rein. Okay, gib mir die. Wow. What the fuck? Ja, das war es dann wohl auch in dieser Ausgabestation und leider standen wir auch gleichzeitig da drin. Okay. Na gut. Na komm schon, lade die Daten. Ah okay, hier habe ich gespeichert, zum Glück. Also merke, huah. Na komm schon. Merke, wir sollten nicht in diesem Gebäude drinstehen, wenn der Strider da gleich ankommt. Stirb. Ach, scheiße, keine Funktion mehr. Wo will der denn hin? Der soll... Der bleibt doch stehen. Und ich habe keine Funktion mehr. Verdammt. So, da kam jetzt... Der da, okay. Der ballert da jetzt erstmal in das Gebäude rein. Ja. Okay. Das war's mit der Ausgabestation. Ich muss zu meinem Auto. Einsteigen. Und weg hier, weg hier, weg hier. Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Geh mir aus dem Weg. Äh, Ausgabestation, Ausgabestation. Haha. Da, da, lass mich da hin. So, gib mir das Heil. Und dann... Bang. In your face. Okay, das war der. Speichern. Auf jeden Fall speichern. Dahinten kommt noch einer. Und die Energie. Energie ist immer gut. Munition wäre eigentlich auch mal nicht schlecht. Munition wäre jetzt ein bisschen knapp. Oder ich weiß, vielleicht kann ich die Hunter auch meinen... Oh, das war nix. Vielleicht kann ich die Hunter auch meinen, äh... Anderen Leuten hier überlassen. Das weiß ich jetzt nicht. Oh, das war doch ein Treffer. Kommt nicht her. Das... Das war ein Treffer. Alter. Ja, Hunter halt... Boah, Schnauze. Na komm, gib mir das. Gib mir das. Gib mir das. Das war ein Treffer. Das war 100 pro ein Treffer. So, das war auf jeden Fall ein Treffer. Okay, äh... Munition. Hier habe ich ein bisschen Munition. Uah. Gut, das war ein Hunter. Ich überlasse das echt mal meinen Leuten hier. Ha. Zu viel Action für so eine späte Stunde. Ich frage mich gerade... Kriegen die überhaupt Schaden durch den Beschuss von meinen Leuten? Oder ist das halt nur so ein bisschen Alibi-mäßig? Dass das aussieht, als würden die mir helfen. Was sie in Wirklichkeit danach gar nicht tun. Stirb. Okay. Das war einer. Und alles ist ruhig. Dann war es das wohl auch der zweite schon irgendwo. Dann helfen meine Leute scheinbar doch. So. Und einer kommt... vom Wasserturm. Äh... Wasserturm ist irgendwo rechts. Gibt es da noch eine Ausgabestation eigentlich? Oh shit. Uah. Okay, die Ausgabestation wird gerade... in die Luft geweagt. Scheiße. Nein, Half-Life ist abgeschmiert. Scheiße. Okay. Na gut. Wir sehen uns gleich wieder. So. Half-Life ist neu gestartet. Es kann weitergehen. Und wir haben schon direkt ein Alarm. Ein Strider. Kommt dem Silo näher. Äh... Wo ist er denn da? Stirb. Komm schon, komm schon, komm schon. Boah. Das wäre der gewesen. So, unsere Munitionsvorräte sehen... ziemlich mager aus, ehrlich gesagt. Gibt es hier hinten zufällig irgendwo Munition? Ich glaube, wir haben es geschafft. Hast du Munition? Was? Was? Nein. Moment. Hier kommen wir nicht rein. Achtung an alle! Landung schirfen mit weiteren Strider gesichtet. Noch etwa eine Minute bis zur Landung. Feilt euch! Oh shit. Was soll ich denn ohne Munition machen? Verdammt. Magnussen-Gerät haben wir noch. Ist da noch Munition? Ich nehme noch mal alles mit, was wir kriegen können. Und ich speichere lieber nochmal. Na gut. Landungsschiffe sind unterwegs. Äh... Ich denke, wir sollten den Landungsschiffen vielleicht mal entgegenfahren. So, da hinten irgendwo kommt es runter. Au, 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 nicht... Nicht gegen die Baumstämme fahren. Das ist ungesund. Okay, Strider, wo bist du? Bist du hier? Strider? Strider kommt aus Richtung der Kräne. Aus Richtung der Kräne. Die Kräne sind hier. Da hinten sehe ich irgendwas, was sich bewegt. Okay, da kommt der Strider. Und das andere, was sich da bewegt hat, sind vermutlich die Hunter. Ja, ich sehe einen Hunter. Oh shit. Okay, Mr. Hunter, komm her. So, und... Was? Zwei Schuss nur? Da ist doch bestimmt noch... Ja, da ist noch einer. Gut. Gehen wir mal ein bisschen überlegt jetzt vor. Gut, das war der Hunter. Beziehungsweise beide Hunter. So, komm her, du Mistvieh. Nein. Scheiße. Okay, die Hunter sind tot. Leider haben wir unser Magnussen-Gerät. Uah, shit. Gib Gas, Gordon, gib Gas. Leider haben wir unser Magnussen-Gerät daneben gefeuert. Oh shit, und alle Nachschubstationen hier sind zerstört. Wir haben nur noch hier hinten welche. Die Frage ist jetzt, soll ich mir ein neues Gerät holen und dem wieder entgegenfahren? Oder ist das... Ja, toll, noch mehr Landungsschiffe. Oder ist das eine dumme Idee? So, Magnussen-Gerät ist drin. Na gut, fahren wir ihm nochmal wieder entgegen. Wo bist du? Ist der denn so langsam? Der muss doch hier mal... Uah, der Hinterschied. Ja, Gordon, steig aus. Und bam. Und speichern. Okay, das war einer. Und noch einer bei den Kränen, na toll. Also hier, wo wir gerade sind, da hinten kommt gleich noch einer wieder her. Ich habe eigentlich eine Munition eingesammelt, die scheinbar auf dem Boden rum lag. Interessant. Vielleicht nicht, äh... Oh Mann, diese Autosteuerung, das ist echt nicht... Da bin ich kein Freund davon. Okay. Boom, 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 boom. Kann ich sagen, dass die Energie sich immer... Also, dass hier immer wieder neu auftaucht. Kommt mir irgendwie so vor. Na gut, die nächsten müssten von hier kommen. Wo sind die Hunter? Da ist der Strider, dann können die Hunter auch nicht weit sein. Hunter, wo seid ihr? Hör bitte auf, auf mich zu schießen. Da sind keine Hunter dabei. Au, 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 au. Ich kann damit nicht laufen. Okay, ich lasse es da. Wieso ist der ohne Hunter unterwegs? Das ist merkwürdig. Na gut, wie auch immer macht es leichter für... Nein, gib mir das da. Macht es leichter für uns. Und ich wette, jetzt sind Hunter da, die... Wer weiß, woher gekommen sind. Und... Uh, speichern. Okay, das war einer. Beziehungsweise der zweite. Da hinten sieht man schon den nächsten. Hat der Hunter dabei? Oh shit, das sind zwei. Verdammt. Und die haben Hunter dabei, wenn ich das richtig sehe, ja. Na komm schon. Zeig dich. Zeig dich. Und stirb doch. Oh oh. Uh, okay, das war... Wah shit. Shit. Drei Stück, drei Stück, drei Stück. Drei Stück auf einmal, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Gibt es mir? Nein, gibt es mir. Okay, ich muss die Strider loswerden. Äh, die Hunter loswerden. Das waren schon mal zwei. Nein, das ist runtergefallen. Gib mir Neues, gib mir Neues, gib mir Neues. Okay, das war einer. Lass mich an die nächste Station. Und gib mir das Teil. Nein, das steckt fest, das steckt fest. Das ist schon wieder abgefallen. Das kann doch nicht wahr sein. Alter, dieser Hunter. Hier, nimm das. Shit daneben. Das war einer. Komm, gib mir noch einen. Gib mir noch einen, gib mir noch einen. Ich innere den Hunter jetzt einfach. Und... Scheiße, abgefallen. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Wieso fallen die alle ab? Das kann doch nicht wahr sein. Gib es her, gib es her, gib es her. Gib es her, gib es her. Okay, das war's. Das war's, das war's. Scheiße. Toll, jetzt ist der Hunter tot. Die Rakete wurde zerstört. Toll, alle sind am abfeiern, aber die Mission ist leider gescheitert. Okay, ich glaube, ich muss zuerst mal die... wirklich die Hunter ausschalten. Ansonsten schießen die scheinbar diese Magnussen-Geräte ab. Ja, gut gemacht. Freedom, was ist das denn? Freeman. Okay. Ich muss die Hunter erledigen. Komm her. Ein Pfeil ins Knie, noch ein Pfeil ins Knie. Boah, die halten jede Menge aus. Ich dachte, die wären so anfällig gegen die armen Brust. Aber sind sie mal gar nicht am Arisch. Die armen Brust macht denen irgendwie gar nichts aus. Stirb! Hab ich irgendwas Explosives noch? Ja, hier. Oh, ich hab's nach dem. Oh, scheiße. Daneben gesammelt. Hier, nimm ne Granate. Hier, du auch. Du auch, aua, aua, aua. Hör auf damit. Oh, oh. Oh, shit. Oh, shit. Ich treff die auch mit diesen... Ich treff die auch mit diesen Spezialangriffen nicht. Oh, da ist noch einer. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Das war einer. Komm, gib es her. Das war daneben. Oh, kacke. Oh, kacke. Ah. Ah, dieser... Der Hunter stirbt doch. Ich hab keine Munition mehr. Habe ich hier noch was? Ja. Okay, das wird wieder nix. Ich hab keine Munition. Und... Oh, Gott. Nein. Schon wieder gleichzeitig... Ah. Gleichzeitig den Strider erwischt. Und das Silo wieder im Arsch. Und die Leute feiern wieder. Na, immerhin. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay, höchste Konzentration. Ich brauche einfach Munition. Ich hab keine Munition mehr. Ja, danke. Für die Armbrust sind die nicht anfällig. Ich bräuchte Revolver-Munition, aber die hab ich nicht.